... mit Massentierhaltung und Agrarindustrie. Und ich würde versuchen, der Grünen Partei erstmal beizubringen, dass man mit solchen Schlagwirten nichts wird. Dass das nicht funktioniert. Dass das ganz viele Menschen sind, die sich bemühen, einen sehr guten Job zu machen. Ich habe die Landwirte in meiner Tätigkeit kennengelernt, als welche, die in Generationen denken, die möglichst gut den Betrieb weiter übergeben wollen, die unwahrscheinlich leistungsbereit sind, das wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft brauchen. Eine ganz hohe Leistungsbereitschaft. Und das vor allen Dingen ist landwirte und lösungsorientiert. Und deswegen tut mir das so weh, wie Herr Habeck versucht hat, mich hier heute hinzustellen oder dem Bauernverband, dass wir Bunkermentalität hätten und nur blockieren würden. Das stimmt nicht. Wir haben Vertragsnaturschutz mit initiiert. Wir machen die Allianz Gewässerschutz. Wir machen die Initiative Tierwohl. Wir machen die Dinge mit Augenmaß. Es führt auch nicht weiter, Herr Habeck, wenn wir uns in Lager zurückziehen und, Sie nennen das so, gegenseitig auf die Mütze geben. Damit kann ich gar nichts anfangen. Es ist fahrend, dass Sie mir doch mit dieser Position... Herr Habeck, Sie haben nachher keine Grundstellung zum Schauen zu, weil Herr Gerst schon ja so redet. Sie haben doch jetzt nicht eben angreifen können. Jetzt darf ich mich doch bitte auch verteilen. Das ist der Druck aus Grüssel. Ich würde in der grünen Bundestagsfraktion oder der grünen Partei auch sagen, hört mal ein bisschen mehr auf Robert Habeck, denn der hat schon vieles begriffen. Und ich würde außerdem sagen, hört auf, in Lagern zu denken und mit Schlagworten die Landwirte zu belegen. Das fördern wir ja, Herr Luff. Das fördern wir ja. In der zweiten Säule, die hier auch kommt, sind die Gelder alle da. Ja, sind die Gelder alle da. Wir fördern das. Wir fördern das. Wir diskutieren in Kiel in vielen Gründen über mehr Tierwohl, mehr Tierschutz und versuchen gemeinsame Wege zu finden. Wenn Sie aber Mitte Januar in Berlin Schulter an Schulter mit denen demonstrieren, die ganz gegen die Tierhaltung überhaupt sind, dann haben unsere Bauern dafür kein Verständnis. Ich meine das ganz ernst. Wird der Interesse der Landwirtschaft recht getan, indem man die Debatte negiert? Nein, das tun wir nicht. Und das, doch, Herr Gerstler, das tun wir nicht. Das haben wir ja die ganze Stunde getan. Herr Habeck, haben wir eine Allianz zum Gewässerschutz? Arbeiten wir da zusammen? Ja. Aber ist nicht auch das Problem, wenn es grundsätzlich angeht, bei der Naturschutzgesetzgebung, dass es zwei Störfaktoren gibt, die Landwirtschaft und den Menschen? Ja. Also ich zum Beispiel, ich habe Kinder, ich würde nie behaupten, dass ich und die meine Störfaktoren sind. Das unterstellt, dass Naturschutz nicht für den Menschen ist. Also ich höre da ganz wenig von Menschen, die Redung, ganz viel von Naturschutzgesetz. Ja, weil es ja Naturschutzgesetz heißt. Aber ist der Menschlichkeit der Natur? Genau. Wenn mich jemand in Bayern fragt, was macht das für Holstein lebenswert, dann sage ich ja nicht die A7, sondern beschreibe Strand und Meer. Die Summe offensichtlich bringt die Summe an betriebswirtschaftlicher Eigenverantwortung, nicht gesellschaftlichen Fortschritt. Im Gegenteil. Das heißt, wir kämpfen an der Stelle als Bauernverband dafür, dass man den Betrieben so viel Zeit lässt, dass sie den Weg mitgehen können und dass sie nicht ohne Not vorzeitig aufgeben müssen. Und das ist etwas, was Strukturwandel aufhängt. Und Sie würden mit Ihrem scharfen Vorgehen, nehmen Sie die Direktzahlung weg. Dann werden Sie ja sehen, was passiert. Dann müssen so viele Betriebe aufhören, was Sie gerade nicht wollen. Da sehe ich den Widerspruch bei Ihnen. Wie war die Frage? Die Frage war, welche hätten Sie denn gerne? Die letzte Debatte ist auffällig, dass der unmittelbare Zugang zur Landwirtschaft, unmittelbare Erfahrungen und Beobachtungen den Leuten fehlt. und es gibt also Ethikprofessoren für Tierrecht, Ethik oder sowas in Berlin, der im Zeitungsinterview sagt, also Eintritt für ein Tierrecht, dass das Tier nicht mehr geschlachtet werden darf und so weiter. Und auf die Frage, wann haben Sie das letzte Mal oder überhaupt, haben Sie jemals einen Tierstall gesehen? Sie haben gesagt, nein, noch nie. Nur im Fernsehen. Der starke Fokus auf Tierschutz, Tierwohl etc. ist ein sehr nordwesteuropäisches Problem. Fangen wir mal an, ein bisschen gröber das zu machen. Es ist in den östlichen, südlichen Staaten und Landwirtschaft sehr viel stärker als zentrales Element für ländliche Räume gesehen, was wir zum Teil unterschätzen. Was ein rein deutsches Problem ist oder eine rein deutsche Debatte ist, glaube ich, dass diese Wahrnehmung von wegen, wie Kleinbetriebe sind die Guten und die Großbetriebe sind die Böse. Wir haben gemeinsam mit dem Lebensmitteleinzelhandel die Initiative Tierwohl auf den Weg gebracht, weil wir gesagt haben, wenn der Landwirt was mehr tut, dann muss er es bezahlt kriegen, damit er im Wettbewerb bestehen kann, damit er die Marktanteile behalten und sie nicht verliert. Und insofern arbeiten wir an pragmatischen Lösungen, zu mehr Tierwohl zu kommen. Kann keiner bestreiten. Gut, ja, das finde ich super. Kann ich nur unterstützen. Das ist genau in die richtige Richtung. Die Frage, die ich habe, ist die Initiative Tierwohl, die also mit 200 Millionen unterstützt wird, ist so, ich schätze mal, für 15 Prozent der Betriebe im Angebot. Wenn das sozusagen die letzte Antwort ist, dann wird irgendwann der Markt genau die Initiative Tierwohlstandards und vielleicht noch ein paar mehr als Standard definieren. Dann ist das, was Gesetz ist, Gesetz. Und dann wird der Einzelhandel sagen, ihr produziert doch hoffentlich gesetzeskonform. Und dann haben sie wieder kein Geld. Also, es ist auf Dauer keine Mühlung. Ich glaube schon. Ich glaube, es ist ein ganz genialer Ansatz. Wenn das Programm überzeichnet ist, ist doch genial, dann ist der Lebensmitteleinzelhandel unter einem massiven Druck, weil er dann Farbe bekennen muss, ob er bereit ist, mehr Geld zu geben für mehr Tierwohl oder ob er nicht bereit ist dazu. Und dann kriegen wir genau den Zahlungsstrom organisiert, den Herr Grossart will, dass der Lebensmitteleinzelhandel sich dem Verbraucher präsentieren kann und sagt, ja, wir verdoppeln das Programm, wir vervierfachen es auch, weil wir sehen, dass die Bevölkerung es will. Und wenn die das nicht tun und Sie dann meinen, für die letzten 20 Prozent oder 40 Prozent erheben, muss dann das Ordnungsrecht kommen, dann sage ich Ihnen eins, dann war das die letzte Initiative, die wir als Bau und Verpackt begonnen haben. Dieser starre Mechanismus, also da wird gebaut, entweder direkter Flächenausgleich oder Geld und dann wird was rausgekauft. Auch weil wir jetzt an der Grenze sind oder sich wahrscheinlich überschritten haben, dass wir auch hochproduktive Flächen rausnehmen als Kompensation. Der wird irgendwann überführt werden müssen in andere Mechanismen. So in 20 Jahren oder so was, vielleicht auch schneller, in 10 Jahren, wird man wahrscheinlich integrierte Mechanismen, hoffe ich jedenfalls, gefunden haben. Jedenfalls kann ich mir das gut vorstellen, dahin zu arbeiten aber das schaffen wir jetzt bei dieser, weder bei der Naturschutzindustrie noch bei der Düngeverordnung jetzt nicht. Ich komme nochmal darauf, weil die letzten 15 Jahre sich immer nur auf die Bütze gehauen wurde und nicht versucht wurde, neue Lösungen zu finden. Ich wünsche mir eine Landesregierung mit einem Minister, der für unseren Bereich zuständig ist, wo die Bauern auch das Empfinden haben, der steht an unserer Seite, der steht hinter uns. Ich wünsche mir das, 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 ich wünsche mir das,